ja die jahre Leute und alle herzlich willkommen in einer weiteren Folge uichteckeloid mit Markus Hallo FUTUR und ich werde beschriegt die Knotze haben und machen es wieder auf die Leute, ich hab mal, ich war bei mir in der Pauseproduktion für den FUTUR so ein bisschen so ein Dingel-Ding-Ding da, bis hier geswigeltet hat, habe ich hier ein bisschen jetzt so ein bisschen das war abbreitet er ist deutsch abbreitet gebastelt und hier alle mögliche scheiße erlauben drei jahre schnauze erhält sich mega viel energie der Maschine drinnen das heißt ich hoffe auch weil das ist das Geräuschgeräusch gesagt ich habe gesagt mega viel Energie was da für den Wort war weiß ich nicht warum zur Hölle hast du hier kurzschluss gebaut Digger ich hab kein kurzschluss du habt ihr war ein Shorty alter das ist ja eh wieder gewesen alter das ist ja mal kurz gewesen der diese elendige wer hat hier Klaas Fieber auf den aufs MFE gestellt brauchst du du Held dass überhaupt Strom reinkommt nein doch hier ist auf jeden Fall jetzt ein Shorty aber der Shorty ist gut weil das MFE ja ok es lernt sich aber trotzdem ich werde nur beschuldigt Dinge klaut zu haben durch die Koppelkarte wo ich nicht mehr weiß wie es aussieht und die Mannschwitzage die ich verbraucht habe und die ich trotzdem habe und los ist ja nicht hergebe obwohl ich verbraucht habe und trotzdem habe ich hergebe ist klar ich fühle mich gleich zum gucken ich hab keine Schwitzage jetzt hab ich eine Steinspitzage also komm Leute wir verziehen uns jetzt von diesem üren Hause geht jetzt hier durch diese Tür und boardet unsere Query auf genau zeig mal wo unsere Query hinkommt aber du weil ich was klauen würde würde ich nicht mal in Verdacht kommen dass irgendwas weg wäre dass du wenn du die Query hast und alles Pipapo dass du noch die ganzen Transport Pipes und sowas bauen musst ne oh Digga chill mal und dass du für die Query einen Transform äh Konverter bauen musst Digga chill mal damit du die EU und MJ um... ich weiß wie das geht ja letztes Mal so keine Ahnung gehabt nein ich hab gesagt ich baue ein ME System und du hast irgendwas angefangen mit von dann musst du aber Energie umwandeln das ist ja genau das muss ich nicht das muss ich aber machen ja jetzt muss ich das sagt das Recht der Freude ist der war ich nicht geworfen da hatte ich immer ich habe mich nicht mehr gewohnt lassen im EZL ja eben ungebildet der Spacko jetzt ist aber wie gut sich die Scheiße ist ich hab die Idee kaputt mit der Lava das alle die Idee die Idee ach komm ich jetzt oder Pelle sich gestellt und welche Beweise habt ihr überhaupt dass ich Koppelkarte ich laut habe äh das ist auf einmal weg war das ist auf einmal weg war my friend also ich sag ne ich sag ne vielleicht hast du es abgebaut oder irgendwo anders in der Kiste oder so ja du hast geklaut ach so too easy ja wenn hier immer leere Kisten gammeln alter dann gewunderts mich nicht dass es weg ist alter jo okay das war im ME System und es lag auch schon im Crafting Feld er war gar nicht nur links dafür und auf einmal craft ich das letzte Teil was mir fehlt und geh wieder da ran und auf einmal ist es weg das eine Koppelkabel ja weißt du nicht wo du das hin hast alter jo jetzt das bleibt in dem Crafting-Table liegen das ist nämlich im ME Crafting-Table da geht nichts raus von alleine das muss jemand raus nehmen ja aber ich kenn dich das nicht aber ich bin ja nie unten alter ich bau die Mauer er baut die Mauer die war dann nur die Mauer zu bauen aber er tut es trotzdem wir haben nie jetzt wollen die Mauer zu bauen nein was sagten die überhaupt alter ich wollte den Perry du Spast du meinst doch mal ja genau ja ich habe einen riesengroßen Laserstrahl über die halbe Map gebaut was ist das ist was er will er da bin ich für alle jungen geile ich wusste das wird keiner wissen zu werden es soll jetzt so muss ich heute mit geht es mir um die Erlebnisse ich brauche wie er ist 2 3 1 8 muss ich rüber auf die Höhe werke das mache ich einfach als weg kommt das ist eine geile Idee der Futter hat sich immer nicht abgebaut alter was kannst du eigentlich Junge hab ich doch zu Hause so weit wie du gesagt hast hab ich es weggemacht nein das hast du nicht doch nein du kaltrecht das ist einfach ein Riechen Block einfach weggebaut der links auch alter du hast gesagt da bist da und da ja da bis da genau ja doch direkt da bis da aber wir haben nicht nur rechts und äh was ist nur 319 minus 4 also machst du es jetzt nochmal alter nicht mehr nichts Minus 2000 was tust du bitte nichts alter 219 tust nichts für die Gesellschaft Alter halt einmal die Fresse jetzt halt einmal die Fresse jetzt 45 weg 55 32 14 25 trölf trölf das ist leider scheiße trölf so ok hier drüben wo ist das hin dritte aber das hat leider doch nicht erbaut ja perfekt das war auch nur den zu perfekt er hätte bis hier 60 zu bis bin ich behindert und stelle ich hier in der Welt also nicht mehr also wurde ich weiß ja dass das gerade ein Vorschlag war du bist wahrscheinlich immer so gemacht hast aber ich selbst dann Wegpunkt hin wo ich hin muss und da baue ich mich hin das ist doch die pillow Variante das ist die Variante von Leuten die zu voll sind bis 64 zu zählen ok die du nicht bis 64 zählen können vielleicht ne ich habe gerade von 2.219 64 abgezogen wow du bist ein Killer also kann ich nicht bis dahin zählen sondern mit der Zahl auch noch rechnen und ich what the fuck kein Laserstrahl what the fuck immer noch kein Laser what the fuck die Laser geklaut alter ja Markus hat die Laser geklaut hast du ja Markus wusstest du immer alles geklaut haha ah ich hab dich aus Polen alter achso wahrscheinlich muss ich jetzt dann die Torch von drüben wieder abbauen weil ich ja schon mit Laserstrahl gemacht habe warum muss hier keine Lava Futur kannst du mir erklären warum ich auf eine Torch mit Laserstrahl keinen Laserstrahl drauf packen kann weil ich die Klaut habe ey Markus wusstest du immer die Laserstrahl klauen das hast du deine Antwort jetzt äh weil der Seg supremacy ist er hat denn er konnte dass brauche ich nicht wir kommen wir nicht mit planen 60 69 iphone quereit der 869 bist du nicht im haus die höhe ist 100 ne hörst du beide alter ich hörst du beide 104 hier als niedriger nicht sterben das ist nicht mehr die Scheiße ist muss jetzt beachten was bei der Augenhöhe ist und was bei dem Fußhöh Scheiße habe ich das nicht beachtet scheinbar weil ich habe es nämlich bei der Kopfhöhe genau bei der Stadt bei der Fußhöhe beim Wegpunkt die Torche noch mal einen Block tiefer setzte bist du ein Schindy? Foto bist du eigentlich? keine Ahnung ich suche Lava bist du eine Mine? Foto? ich habe gehört Lava soll es im Neta geben oder bei uns im Keller ja bei einem Neta kann ich kein Wasser für Obsidian spawnen ja bei uns im Keller kannst du mit Eimer Lava aus dem Tank rausnehmen ach Tatsache weil ich brauche wieder Marvel Shooter ja die ist hart Farbe die hart Farbe oh oh ich habe ein riesengroßes Quadrat über einen Berg drüber gelegt habe irgendwo Diamanten alter schau dir die Scheiße an ich habe Scheiße gemacht ja durch die Tür im zweiten Stock oder so da wo früher die Kiste war durch diese geile Blinketür also das wieder das System das äh Dinges System halt schau dir das an BÄM warum brauchst du Diamanten? Moment ich hab das schon gesehen jetzt muss ich mich re-locken weil jetzt lebt das Gitter nämlich nicht das haben wir schon mal gemacht wo er lange ist TADAAA ein Mega Gitter ich weiß und da läuft irgendwie so ein Ding rum und baut alles hier ab ja aber dafür muss das Ding aus dem Strom versorgt werden bis zum Betrug bis zum Betrug bis zum Betrug und hin und her hast du Checkback an? ja ne? what? Joge okay du hättest mich getötet wenn ich darunter gefallen wäre weil ich nicht hätte fliegen können boah alle ins Bett so voll ich brauche noch ein Schlafen 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 so lange hier 5 4 3 2 1 Langsam du Arsch ja ja du bist du warte mal dann besteht kurz weil ich muss es wieder kraften jetzt beginnt wieder Alter ne was brauche ich den BC Consumer den was brauche ich Futur boah hör auf mir die Scheiße rein zu Göbel ich gebe gleich deine Scheiße rein was haben wir den MCC also es sind das ist reich du Gott jetzt stürmt gleich jemand 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 er muss sterbe das muss bestraft werden das muss bestraft werden warum versucht der zu Landeanflug auf Kühe zu starten er bock mal die ganze Kühe ja ach ich bin der Berg alter oh yeah so geil oh mein Jetpack ist leer ja sie er hat die Schlacht gewonnen wurde er noch damals zu schlecht wurde er noch damals zu schlecht ja das entspricht meiner Meinung mein Ding ist aber voll naja jetzt das Science da wurde auch leer okay haha oh der Markus ne passiert mal jetzt kannst du mal gucken ob ich Koppelkabel oder so hab ne ja und hol dir deine scheiß Diaschmitzsacke ab genau schau mal Kui Schafi ich hab hier ganz viel Fikifiki für euch wache Fikifiki ah ja ganz viel Fikifiki wo denn es lag da noch warum ist da eine Kiste also es ist keine Kiste hast du es nein so als muss ich mein Jetpack aufladen dir was soll ich ja hier klaut alter nein hab ich nicht siehst du ich bin so am liebsten als ich zumindest nicht verreckt bin ja ich wusste nicht das Markus wo denn ja 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 wo ist mein Jetpack bitte ich sag ja Energy ich sag die ist kaputt egal soviel und ich hab keine das war mein Event voll gewesen das war ich lade gerade mein Jetpack und ja dann die die bleibt dauerhaft auf maximal obwohl ich grad ein Jetpack lade ja das braucht ihr nicht ach wie heißt denn der komische Magic hä die ist auch ganz normalen MV Output ein Jetpack Futur nein wie heißt der Verzauberungstisch ein 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 da ist er doch der Futur was brauche ich jetzt alles kann es mal nachlesen in der Aufnahme ich kann nicht raustappen wegen dir Lappen muss ich jetzt noch mal ein Ding fahren ein Obsidian wegen dir Lappen ja weil du mich gekickt hast bitte was was du brauchen brauchst du denn ja doch mal das ist Energie denkst du doch die drei Dinger die ich brauch Dinger Wedge Mode warum warum das war zu jeder ich hab keine Schwierigkeiten mit Nein also du brauchst ach Gott und ich hab mein Jetpack nicht aufgeladen ich hab oh ich bin einmal gestorben alter Pisser zweimal bin ich mit der Oberlappen du bist schon 10.000 mal gestorben alter wie drei oder vier also du brauchst folgertes Rüstung ich hab dir aber nicht ein einziges Mal gehittet ja auch wenn du mich so ein bisschen gehörst ja weil ich dich schön immer geswappt hab Swap 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 by Swap Aria warum craftst du eigentlich da du hast hier drei Crafting Terminal die mit allen Items funktionieren und du craftest da bist du eigentlich behindert für was hab ich so ein Dings da gebaut so Foto was brauche ich jetzt ich kann nicht weiß ja es lädt noch ich weiß es grad nicht es lädt noch Markus ach du bist der nächste was nachdem ich Foto gekillt hab bist du wieder dran weil der ist genauso unfähig es lädt noch hab ne 100k leitung und sagt der ist ein alter also du brauchst du brauchst ne energy bitch ja ok da baue ich erstmal die energy bitch wo ist hier die energy bitch energy 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 bitch hier ist die energy bitch what the fuck oh ich bin der falsche Modus ok was sollte nicht das jetzt einfach reconnecten wird wann admin ist weil dann wird der Modus gewechselt ich hab grad 64 Bitches gecraftet und wieder gelöscht er geht cheater und wieder gelöscht also brauchst du einen mittel voltage consumer ja chill mal ich muss jetzt hier erste mal wuhuu ja dann kann ich ja weiter machen du hast ein Foto gold redstone glas nein ach falsch redstone so irgendwie hängt das system immer noch so ein bisschen hinterher ja 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 wenn du was raus nimmst es verschwindet einfach nicht ne ich hab grad auch geleckt so die energy bitch hab ich jetzt schon mal dann brauchst du einen mv consumer alter wo kommen die zombies überher man was ist falsch ja zombies alter greift mich ganz einfach mv consumer ja bloß wir haben kein book ic2 mv consumer hier gold und mv transformer mv transformer smashin block und double isolated gold cable ok danach brauchst du noch ein pc das kann ich mir doch nicht werken ja das brauch ich grad nicht nein das linke ist mein terminal nämlich die mitte nein das mein terminal jetzt nicht double gold cable habe ich da so jetzt habe ich den da hier was muss ich jetzt mit dem mache mach ich im buch da noch mal gold aus herumpacken buch warst du aus drei papier und einem leder habe ich papier papier musst du aus sugarcans machen wie sugarcans lukas sogar ja hammer drei papier so was habe ich jetzt erst das gebraucht ein bc producer bc producer da bläder 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 art der wird genau so hergestellt wie der consumer dafür brauche ich ok dafür brauche ich gold sterling oder ne steam engine was ist leichter ne steam engine oder ne sterling engine sterling glaube ich sterling ist einfacher zwei stone deers pistols ja leute die folge neigt sich dem ende aber das bauen wir noch fertig damit wird dann in der nächsten folge die query in ja ich brauchte zwei stone gears behinderte scheiß mongo ey so zwei stone gears dann dann brauchen wir noch einen bookshelves nein zwei leiste ich muss dich konzentrieren warum haben wir eigentlich so wenig redstone weil du alles verballerst ja das stimmt ach genau geh einfach zu mir und hol dir was alter ne ja ist ja beschuld ich muss hier die ganze zeit craften ihr habt gesagt ich sei technik scheiße mache ihr farben und du brauchst die mauer photo weil der farben ich war ihm die ganze zeit jetzt will ich auch mal das basteln ach auf einmal ja ja jetzt wo ich hier hart am arbeiten bin dann dann kommt da an wird jetzt jetzt will ich nicht mehr so mein gutes recht klar nein nein du hast keine recht ha 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 hab ich anders zu manns oh be vr 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 vrr vr 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 so stellen die habe ich jetzt fertig jetzt auch gold auf die schnauze weil ich in der schweißen er ja 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 das sind recht wird das sind die wahlrechte das testa hier weg wir hin dann ein schieben wenn du willst ja fertig aber leute die kenne die werde die heute nicht der beiden satz über die spannung aufrecht erhalten hier Oh ja, oh ja, jetzt ist jeder so das nächste Mal, oh ja, bei einer weiteren Folge von, von Ticket Light und damit Leute, wenn ich sage, wir sind Ciao, Markus, lass es, hey, es ist so ein Mongo, nein, Ciao gibt's jetzt nicht, Ciao gibt's nicht, Leute, jeder hat gesehen, wer der Mongo ist, und darum wird der Mongo jetzt hier verwandt, forever from the server. Alter. Ey, ist ein Futur, ich habe dich nur ein einziger Mal getötet, Alter. Na und, ist er mir eingegangen. Ich tötete der Spaß die ganze Zeit, hast du ihn gekillt? Nicht, gar nicht. Ich bin ein Futur. Warum hat er überlebt, Futur? Weil er ein Lappenlecht. Futur darf nicht überleben. Halt die Schnurzchen. Warum steht er in der Luft, warum teleportiert er es nicht? Mit solchen Lacks kann ich auch ein PvP gewinnen. Ich stehe einfach nur da rum. Ja, du hast dich bei mir grad drum teleportiert, ey, Digga. Ja, hier. Ohne Rissi, ohne Rissi macht das. Ohne Rissi traut, dass ich im Nachkampf war. Aber Markus rennt weg. Markus rennt weg. Oh, da lächst du, okay, Ben, 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 Ben Lappen, KGP. Okay, viel Spaß. Leute, ich würd sagen, dass du hast an der Stelle mit der Scheiße Markus kommst du mal hier und holst dir deine gerechte Schlafe ab. Ja, natürlich sind wir noch in der Aufnahme. Äh, was für Lappen. Neu bisschen Quid. Findest du euch mal gestorben, du bist schon mal gestorben. Futur muss noch zweimal sterben. Ich bin schon dreimal gestorben, also ich hab noch drei. Okay, ne, einmal musst du sterben. Will das schon? Ah, das zählt schon, jawoll, ja, super. Also Markus, du willst jetzt mal nicht mehr auf den Summer kommen, oder was? Ich wollt grad eben. Hast du jetzt beendet? Nein. Das, das, das... Dann beende ihn doch nicht. Nein, 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 das hat noch kurz Zeit jetzt, das muss einfach jetzt noch gemacht werden. Die Rache? Das Sith Lords. Wissen Sie? Ja, genau, du Lord, Alter. Ihr seid beide solche Lords, aber nicht die Sith. Wissen Sie? Wir können ja Futur töten, wenn wir Bündnis haben. Ja, stimmt, könnten wir machen. Aber dafür musst du auch auf den Summer kommen. Ja, aber dann tötest du mich, Alter. Nö, ich werde dich nicht töten. Nein. Ihr könnt mich töten. Darum hat sich Futur schon gekümmert. Darum hat sich Futur schon gekümmert, dass du verletzt. Wenn er mich findet, könnt er mich töten. Futur, ich hab deinen Namen gesehen. Nein, hast du nicht. Doch, ich hab dich vergraben sehen. Nein, hast du nicht. Okay, dann ist gut. Ich wusste es. Daumen, jetzt werde ich nicht mehr in den Summer gehen, Alter. Mit beendet sich die Folge endlich. Ja, Leute, ich jetzt sage, wir sehen uns das nächste Mal. Servus, ciao. Bum, bumm.